Vitamin-Therapie Vitamin-Therapie ist eine Form der Therapie, wo Du mehr Vitamine zu Dir nimmst. Vitamin-Therapie gibt es natürlich oder auch mit Nahrungsergänzungsmitteln. Die gesündeste Form der Vitamin-Therapie heißt, iss einfach gesund. Vielleicht mach mal eine Weile eine Rohkost-Diät. Eine Rohkost-Kur von einer Woche bis vier Wochen ist auch eine wunderbare Vitamin-Therapie. In Gemüse und Salat, also insbesondere in der Rohkost, sind sehr viele Vitamine. Wenn Du also Rohkost zu Dir nimmst und die verschiedensten farbigen Obstsorten und Rohkostsorten zu Dir nimmst, hast Du viele verschiedene Vitamine. Die Vorstellung, dass man mit Nahrungsergänzungsmitteln eine Vitamin-Therapie machen kann und so verschiedene Erkrankungen heilen kann, hat sich leider als irrig erwiesen. Es gibt ja die sogenannte Ortho-Molekular-Therapie, von der bei Dir gedacht wurde, dass wenn man Vitamine in Überdosen zu sich nimmt, dass das eine therapeutische heilende Wirkung hat. Die scheint nicht so ganz zu funktionieren. Natürlich, angenommen Du hast irgendwo einen Vitamin-Mangel, dann ist es tatsächlich hilfreich, wenn Du zusätzlich Vitamine zu Dir nimmst. Also in diesem Sinne, angenommen Du hast einen diagnostizierten B12-Mangel oder einen diagnostizierten D3-Mangel, dann ist natürlich die angemessene Therapie als Nahrungsergänzungsmittel, zum Beispiel B12-Tabletten konzentriert zu schlucken oder auch B12-Kapseln, natürlich vegane Kapseln oder eben bei D3-Mangel eben auch D3-Präparate. In einem akuten B12-Mangel sind sogar Injektionen bzw. Vitamin-B12-Spritzen noch besser, weil sie schneller wirken. Aber letztlich, Du solltest nur dann hohe Dosen von Vitaminen zu Dir nehmen, in Kapsel- oder Tablettenform, wenn tatsächlich ein Vitamin-Mangel diagnostiziert wurde. Ansonsten kann zu viel Vitamin-B-Vitamine, zum Beispiel die B-Vitamine, manche sagen auch A-, C- und E-Vitamine, auch schädlich sein. C musst Du schon in sehr hohen Dosen zu Dir nehmen, damit es schädlich sein kann, aber bei manchen B-Vitaminen und eben auch bei A- und E-Vitaminen, dort kann zu viel des Guten auch schädlich sein. Insofern ist die Vitamin-Therapie insbesondere über Pillen und Kapseln nicht ganz ungefährlich. Allerdings ganz gesund ist die Vitamin-Therapie, indem Du Nahrungsmittel zu Dir nimmst, die voller Vitamine sind und voller Vitalstoffe und voller Kraft. Die Vitamin-Therapie, die Vitamin-Therapie, die Vitamin-Therapie,